Der Apolog von Urit vom 27. Oktober Gedenken Der heilige Märtyrer Nestor Als der heilige Dimitrius, der Möhrenspender, das Martyrium erlitt, gab es in Saloniki einen jungen Mann, der den christlichen Glauben vom heiligen Dimitrius selbst erfahren hatte. Zu jeder Zeit organisierte der Feind Christi, Kaiser Maximian, verschiedene Spiele und Vergnügungen für das Volk. Der Favorit des Kaisers bei diesen Spielen war ein Vandale namens Lieus, ein Mann so groß und stark wie Goliath. Als Gladiator des Kaisers forderte Lieus jeden Tag Männer zum Zweikampf heraus und tötete sie. So vergnügte der blutdürstige Lieus den blutdürstigen, götzendienerischen Maximian. Der Kaiser errichtete eine besondere Bühne für Lieus' Kämpfe, ähnlich einem Trashboden auf Säulen. Mit der Spitze nach oben aufgestellte Speere wurden unter dieser Bühne angebracht. Wenn Lieus jemanden im Kampf besiegte, warf er ihn von der Bühne in diesen Wald aus Speeren. Der Kaiser und seine heidnischen Untertanen freuten sich darüber, wenn sich irgendein armer Wicht in Qualen auf den Sperrenwand, bis er starb. Unter Lieus' unschuldigen Opfern waren viele Christen. Wenn keiner freiwillig den Kampf mit Lieus aufnahm, wurden auf den Befehl des Kaisers Christen verhaftet und zum Zweikampf mit ihm gezwungen. Als Nestor dieses grauenerregende Vergnügen der heidnischen Welt sah, wurde sein Herz von Schmerz erfüllt, und er entschied, zum Zweikampf mit dem gigantischen Lieus vorzutreten. Doch zuerst ging er ins Gefängnis, um den heiligen Dimitrius zu sehen und bat um seinen Segen für dieses Vorhaben. Der heilige Dimitrius segnete ihn, bezeichnete ihn mit dem Zeichen des Kreuzes auf der Stirn und auf der Wange und prophezeite ihm, Du wirst Lieus besiegen, doch um Christi willen wirst du leiden. So trat der junge Nestor zum Zweikampf mit Lieus. Maximian war mit einer großen Menschenmenge anwesend. Allen tat der junge Nestor leid, der sicherlich sterben würde, und sie versuchten, ihn davon abzubringen, mit Lieus in den Zweikampf zu treten. Nestor bekreuzigte sich und sagte, O Gott des Dimitrius, hilf mir! Und mit Gottes Hilfe besiegte er Lieus, schlug ihn zu Boden und warf ihn in die scharfen Speere, wo der schwere Riese bald den Tod fand. Da rief das ganze Volk, Groß ist der Gott des Dimitrius! Doch der Kaiser, beschämt vor dem Volk und betrübt wegen seines Favoriten Lieus, war sehr erbost über Nestor und Dimitrius. Er befahl, Nestor zu enthaupten und Dimitrius mit Lanzens zu durchbohren. So beendete der christliche Held Nestor sein irdisches Leben und nahm seine Wohnstätte im Königreich seines Herrn im Jahr 305 ein. Der gottgeweihte Nestor, der Chronist, trat im Alter von 17 Jahren in das Kiewer Höhenkloster ein, als noch der heilige Theodosi abdort war. Er schrieb die erste Geschichte des russischen Volkes, in die er die Geschichte der russischen Asketen einflocht. Er zeichnete sich durch ungewöhnliche Demut und Sanftmut aus. In seinem literarischen Werk bezeichnete er sich selbst oft als unwürdig, grob, unwissend und voll von jeder Art Sünde. Doch Gott, der die Herzen der Menschen kennt, verherrlichte diesen wunderbaren Heiligen, nachdem Nestor am 27. Oktober 1114 entschlafen war, geschahen durch seine Gebeine viele Wunder. Der heilige Andreas, Fürst von Smolensk Aus Liebe zu Christus verließ Andreas die Ehre und den Ruhm dieser Welt, verbarg sich in einem Kloster und diente dort verachtet und unbekannt. 30 Jahre lang als Sarkistan in Frieden schlief im Herrn im Jahr 1390. Seine wundertätigen Aliquien wurden 1540 aufgefunden. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Nestor Der heilige Nestor war entsetzt über das Böse und voll Eifer für den christlichen Glauben. Der junge Schüler des heiligen Demetrius schien jung und schwach gegen den schrecklichen Läos. Doch er bezeichnete sich mit dem Kreuzeszeichen und spießte den mächtigen Läos mit dem Sperr auf. Ihm ward Kraft von oben zuteil, wie David gegen Goliath. Du wirst siegen, doch dann gematert werden und dein Leben lassen für Christos. So prophezeite ihm Demetrius. Und wie er gesprochen, so geschah es. Im Jubel schritt Nestor zu den Matern und verherrlichte wunderbar den wundervollen Christos mit süßen Worten und süßen Hymnen und inständigen Gebeten für die Kirche. Groß im Geist, gering an Jahren, trauerte er nicht über sein junges Leben. Sein Blut stärkte die Kirche und Nestor wurde auf Elifig verherrlicht. Betrachtung Ein Wunder des heiligen Demetrius in Thessaloniki. Dass die Heiligen im Himmel wohnen, gekleidet in große Herrlichkeit und Kraft, ist den rechtgläubigen Christen vertraut. Doch nicht infolge irgendwelcher eigener Überlegungen, sondern durch die Hilfe und Offenbarung der Heiligen. Sie erscheinen zuweilen, um von den Menschen gesehen und gehört zu werden, während sie zu anderen Zeit unsichtbar und lautlos auf unsere Gedanken, Umstände oder Handlungen Einfluss nehmen. Unter den vielen Wundern des heiligen Demetrius wurde das folgende aufgezeichnet. In der Kirche des heiligen Demetrius von Thessaloniki wurde einem jungen Mann namens Onesiphoros das Amt des Kirchendieners anvertraut. Seine Hauptaufgabe war die Verantwortung für die Kerzen und Lamparden. Doch der junge Mann begann, Kerzen zu stehlen und sie nach Hause mitzunehmen und sie dann wieder zu verkaufen. Der heilige Demetrius erschien ihm und sagte, »Bruder Onesiphoros, deine Tat gefällt mir nicht, denn du stiehlst Kerzen und dadurch bringst du andere und besonders dich selbst in Schwierigkeiten. Hör damit auf und bereue.« Onesiphoros war erschrocken und beschämt und eine Zeit lang hörte er damit auf, Kerzen zu stehlen. Doch später vergaß er dieses Ereignis und von Neuem begann er zu stehlen. Eines Morgens brachte ein hochrangiger Mann einige große Kerzen zum Sarkophag des Heiligen, entzündete sie, betete einen Augenblick und ging dann hinaus. Und Onesiphoros ging zu den Kerzen und streckte seine Hand aus, um sie zu entwenden. In diesem Augenblick war eine Stimme wie Donner zu vernehmen. »Tust du es wieder?« Wie vom Blitz erschlagen, fiel Onesiphoros bewusstlos zu Boden. Als ein paar Menschen in die Kirche kamen, hoben sie ihn auf und er kam nach und nach zu sich. Dann berichtete er alles, was ihm widerfahren war und sie allen waren verwundert und verherrlichten Gott. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Reise des Petrus mit einem Engel. Apostelgeschichte 12 Wie der Engel Petrus aus dem Gefängnis führte und ihn in die Stadt brachte. Wie sie unsichtbar an der ersten und zweiten Wache vorbeikamen. Wie sich ihm das verschlossene Tor der Stadt vor ihm selbst öffnete. Homilie Über den Eifer für das Haus Gottes Der Eifer um dein Haus hat mich verzerrt und die Beschimpfungen derer, die dich beschimpfen, fielen auf mich. Psalm 68, Vers 10 Die Himmel sind das Haus Gottes. Die Kirche Gottes ist das Haus Gottes. Die Leibe der Gläubigen sind das Haus Gottes. Wo Gott ist, dort ist das Haus Gottes. Und wo das Haus Gottes ist, da ist das Heiligtum. Menschen entweihen die heiligen Dinge Gottes und der königliche Prophet ist zornig und brennt mit Eifer. Er nimmt alle Verletzungen der heiligen Dinge auf sich und sie fallen auf ihn wie ein Feuer, das ihn mit noch größerem Eifer entflammt. Die Menschen entweihen die Himmel, wenn sie nicht glauben und verleugnen, was Gott selbst den Menschen für ihre Rettung offenbart hat. Wenn die Menschen gegen die Wahrheit streiten oder wenn sie sich auf heretische Weise verunstalten oder wenn sie sich mit ihrem fleischlichen Verständnis eigenwillige Urteile über Christos, den Herrn, anmaßen oder wenn sie die Existenz der Engel und der Heiligen oder das Gericht und das nicht endende Reich Christi und die ewigen Strafen für die reuelosen Sünder bezweifeln, in all diesen und ähnlichen Fällen fallen Menschen wie Räuber über das Haus Gottes her und entweihen die heiligen Dinge darin. Dann erhebt sich Eifer in den Herzen den Gerechten gegen solche Feindschaft gegen Gott, gegen solche Gotteslästerung. Auf dieselbe Weise fallen Menschen über das Haus Gottes her, wenn sie sich unwürdig bezüglich der kirchlichen Regeln verhalten, nachlässig bezüglich der Gesetze der Kirche und Boshaft gegenüber den Dienern der Kirche. Dann erhebt sich der Eifer für das Haus Gottes in den Herzen den Gerechten und Frommen. Schließlich die Erniedrigung des menschlichen Körpers. Wenn man ihn den Leidenschaften ausliefert, dem Dienst an der Sünde, Misshandlung, Gewalt, Trunkenheit und andere schändliche Taten, auch dies bedeutet, über die heiligen Dinge Gottes herzufallen, dies ist alles Lästerung Gottes und des Menschen. Wiederum erhebt sich der Eifer derer, die für die Dinge Gottes eifern und er strahlt für den Menschen wie ein himmlisches Feuer. Und meine Brüder, lasst uns auf Christi Eifer für die heiligen Dinge des Hauses Gottes schauen. Johannes 2, Vers 17 Und auf den Eifer der Apostel und der heiligen und doxen Väter der Kirche. Lasst uns eifriger um unsere Rettung sorgen, als der Teufel Tag und Nacht um unseren Untergang bemüht ist. O Herr Jesus Christos, du Vorbild des Eifers für die heiligen Dinge, gib uns ein Funken deines Eifers, damit wir wie du werden im Eifer und gerettet werden durch dich. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.